schönen guten tag ich bin der walter und was wir hier machen ist ein video gegen homophobie und transphobie ich komme aus dem pot da gibt es ja viel homophobie heißt das noch homophobie und jetzt bin ich schon seit langer zeit mit dem junta zusammen das war nicht immer leicht ich hab ja offenbar gearbeitet ein paar jahre das war ein bisschen schwierig da bei den kollegen wo so viel männlichkeit herrschte aber ich sage eins einfach dazu stehen aufklären das ist das was zählt in der gesellschaft und ich habe es geschafft und ich wünsche dass das alle anderen auch schaffen und tschüss ja